Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal sehen, wie dir das gefällt Maximale Munition Offenbar sind alle Waffen nachgeladen Doppelte Punkte Man muss die Füste feiern, wie sie feiern Doppelte Punkte Doppelte Punkte Ich weiß nicht, was passiert ist Hat jemand gesehen, was ich getan habe? Müsste da nicht ein Aufkleber mit bei sein? Das ist ein großer Schlüssel Das ist doch ein Schlüssel Er besitzt unvorstellbare Kraft Beschütze ihn mit deinem Leben Ich konnte den Fünferzeit nie unterschreiten Wir müssen uns vereilen Die Wärter wollen den Dimensionskollaps beschleunigen Dies ist ein Raum der Geheimnisse Das ist ein Albtraum Es muss ein Albtraum sein Du da unten Bitte Du da warst Hilf mir Nein, 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 nein Was soll ich damit machen? Der Wurm muss zu einem heiligen Ort Nur dann kann die überirdische Horde abgewehrt werden Natürlich, macht Sinn Viel gilt es zu sammeln Nur dann können wir die Vernichtung eurer Welt verhindern Auf die Entfernung? Stimmt die Jungs wirklich? Fenster kill! Jetzt werde ich allen in den Hintern treten Stimmt die Jungs! Es jagt mir immer einen kalten Schauer über den Rücken, wenn das hier passiert. Habe ich jetzt die Befügungsleute zu verhaften? Scheiße! Was jetzt? Werken Sie? Werken Sie? Werken Sie? Werken Sie? Sie kommen. Sie haben die Welt bereits verdorben mit ihren Krampen vergehen. Ihr wurdet erwähnt. Ihr tat das... Ihr seid verflucht. Verflucht? Wie meinst du das? Nur indem man die Bestie ruft, kann man die Dinge finden, die man braucht. Man muss das Unentdeckte entdecken. Die Welt, wie ihr sie kennt, existiert noch. Leicht verschoben von ihrem rechtmäßigen Platz entfernt. Viele der Seelen, die sie bewohnt haben, haben sich der Dunkelheit geborgt. Sind nur noch Echos ihrer selbst, gefangen in einem zerbrochenen Schatten der Realität. Ich wäre nicht gern an ihrer Stelle. Das war's von startup. Das war's für das Feld. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielleicht versorgst du ja was Gutes. Ich glaube, hast du dir einen kleinen Spritzer hier? Mal sehen, wie dir das gefällt. Ich dachte, ich hätte alles gesehen und beinahe wäre es wahr geworden. Hey, Grabscher! Hör auf zum Knurren! Du machst mir keine Angst! Warum machst du so einen Krach? Vielleicht weil ich auf dich schieße? Noch ein paar mehr und du liegst auf dem Rücken! So hässlich wie du bist, kann ich deine Wut gut verstehen! Kannst du vielleicht mal jemand anderen merken? Ich habe gesagt, was man für uns hinterher ist. Loppelte Punkte! Zeit, den Umsatz einzustecken. Ich habe überhaupt keine Munition mehr. Ist das was Gutes? Ihr habt Blut an denen. Es kann nicht abgewachen werden. Eure Sünden haben anderen Wings. Es ist nicht nur der Welt erlaubt. Loppelte Punkte! Also gut ist der große Stimme. Wie halten wir sie auf? Nur ein weiteres Opfer wird ihre Funktion. Wie meine Fußarbeit so perfekt ist. Gänsterkel! Wer will jetzt sein Glück versuchen? Er ist da drin. Wir können nicht erholen. Hoffentlich war das kein Gift. Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht wieder zurück verwandle? Vielleicht verbirgst du ja was Gutes. Warum machen sich manche Männer bei ihrem Alter was vor, wenn sie schon in jungen Jahren hässlich waren? Sind das die interdimensionalen Wesen, von denen wir gehört haben? Geht es mir gut? Ist alles normal? Vielleicht kann ich ihn eintauschen, gegen etwas Wertvolleres. Ich verpasse dir einen kleinen Spritzer, Hiebner. Ich war da, was passiert. Das war doch schon mal? Ganz okay. Wisst ihr, ich fühlte mich irgendwie unbesiegbar, solange ich so war.